Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ja, und wie ich sehe, sind wir hier gerade im Kraftwerk. Und wir wurden hier bei Zapdas rausgelassen. Was war das denn jetzt? Ich wollte noch gar nicht... So. Ich dachte schon, jetzt ist das... Ach nee, wollen wir ja gar nicht. Das können wir nicht... Wo geht's denn hier lang? Wir können ja erstmal nachgucken, wo's hier lang geht. Okay, hier geht's raus. So. Ähm... Dafür ist jetzt keine Zeit. Wieso ist dafür jetzt keine... Ja, gut, okay, wir können's nicht fangen. Es... Dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, gut. Ja, Zapdas, du musst halt warten. Nee, ähm... Na gut, dann wollen wir mal. Jawohl. Das wird nichts bringen. Aber das bringt was. Hm. Auch das ist jetzt ein Problem. Aber nicht für uns. Ist ratzt tief und fest. Was haben wir überhaupt für Bälle mit dabei? Muss ich erstmal schauen. Ja. Gut. Gut. Gut zu wissen. Na gut, dann machen wir jetzt mal kurz Psychokinese. Ich bin... Das ist... Ja. Ich hab sowieso eine viel bessere Idee. Oh, Mist. Ich hoffe, er schläft noch eine Runde. Oder auch zwei. Gut. Schön, schön. Wie schläft dich... Wie schläft dich... So, dann gibt's halt wieder die Kleinstein-Taktik. Oder auch nicht. Ah, das war nicht so gut. Ach, natürlich... Typisch, natürlich... Natürlich war das ein Volltreffer. Ähm... Ähm... Na, mal gucken, was er nochmal für Attacken hat. Ach, das ist auch nur... Ach, so ein Mist. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so effektiv. Zieht aber trotzdem eine Menge ab. Okay, das ist auch nicht so effektiv. Gucken wir mal, was er hier macht. Schön, schön. Ach, das ist alles nur... Ach, das ist alles nur... Nee, das können wir nicht bringen. Ach, das kann ich mehr erhöht werden. Ist ja nett. Ich darf bloß nicht den Zeitpunkt verpassen, den Ball zu wählen. Ich glaube, einmal geht noch. Einmal geht noch. Hoffe ich jedenfalls. Oh nein, jetzt geht schon auch noch viel. So, jetzt müssen wir den Hip-Baball einsetzen, denn es ist zu spät. Wie könnte das denn passieren? Das gibt's doch gar nicht. Der hat doch schon... Der war doch schon... Oh, nein, jetzt können wir auch noch die Pokémon. Oh nein. So ein Mist. Oh, das gibt's doch jetzt geil. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Wieso, wieso... Warum... Wie ging das denn jetzt? Ich hab doch schon bis zum Äußersten gewartet. Ich fass es nicht. Ja, geil. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das ist echt schlecht. Erstmal zum Pokémon Center. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oder wahrscheinlich hätte man den erst noch einschläfern müssen, oder was, oder wie. Aber das kann doch nicht so viel ausmachen. Ja, aber Hypnose ging ja nun nicht mehr. Gut, dass Hypnose auch wieder nicht geklappt hat. Das ist sowieso so ein Unfall, der zu... So eine richtig unzuverlässige Attacke. Ja, jetzt... Ich weiß nicht mal, wo ich... Wo wir schon überhaupt stehen geblieben sind. Jetzt muss ich erstmal nachschauen. Na, ich nehme an, das Kraftwerk ist sozusagen durch. Ja. Ach, Mann. Nee, ich würde erstmal gerne... Hier hin. Und zwar... Wo war denn der Marke? War doch hier oben irgendwo, oder? Ach, da oben. Da hinten. Ah, jetzt haben wir keinen Zerschneider mit. Kommt man hier wenigstens durch? Natürlich nicht. Okay. Okay. Upp, ach, nee. Zulaufen brauchen wir, glaube ich, mal ein paar. Das ist aber auch so eine Unart, dass dieser Bericht ganz oben steht. Das ist aber auch so eine Unart, dass dieser Bericht ganz oben steht. Eigentlich ist das ja gar nicht die richtige Richtung, deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Hey, bis jetzt bin ich gekonnt dran vorbeigekommen. Ich fasse es ja nicht. Aber jetzt wohl nicht mehr. So, Mist. Dann werden wir nämlich auf dem Rückweg die ganzen Trainer da besiegen. Oh, was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ah, Mann. Das mit Zapters ist aber auch ärgerlich. Was ist das denn hier? Ach, du Jede. Oh, ein Radfratz. Irgendwie 26 sogar. Das Pokémon-Haus gab. Ich überlege, ob es das damals auch schon gab. Ach ja, mit den Figuren hier. Ich überlege, ob es das damals auch schon gab. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Den komischen Pokémon-Haus, ehrlich gesagt. Ach so, oh, das ist doch ein Trainer. Okay. Ach, nun, 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 dann geht's ja. Aber das ist auch cool. Das ist nicht so cool. Oh ja, natürlich. Ein Volltreffer. Naja, also bitte Blut. Aber schon harter Gegner. Das ist schon halt auch so ein Abwehrballwerk zu sein, wohl, Nona. Wenn das selbst über meinen, gegen meinen gestellten Hypno ankommt. Ach, Mann, oh, ich, ich, das ist echt, das ist echt übel jetzt mit, mit Zapters, aber, naja, egal, dann, ja, verstehe ich nicht. Na gut. Ja, dann ist auch schon wieder Ende im Schacht. Und wir sehen uns dann bei der übernächsten Folge von Pokémon Feuerrohr wieder. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.